Als du im Spielmodus warst, ist dir vielleicht aufgefallen, dass Cuthbot umgekippt ist. Das liegt daran, dass er beweglich ist. Bewegliche Objekte unterliegen den physikalischen Kräften in der Szene. Bevor er sich in Bewegung setzt, sollten wir ihn also ein bisschen stabilisieren. Dafür ist das Gyroskop wie gemacht. Es sorgt dafür, dass Objekte in der Senkrechten bleiben. Geh ins Zusammenbaumenü und wähle Geräte aus. Schließe das Sensoren- und Eingabemenü mit der Kreistaste und öffne Beweger und Ausgabe. Suche im Menü nach dem Gyroskop-Symbol. Wähle es mit X aus und stempele es auf die Mikrochip-Leinwand. Das Gyroskop muss nicht mit anderen Geräten verbunden werden. Bringe es einfach an einem Objekt an, das du stabilisieren möchtest. Löse das Gerät dann mit der Kreistaste. Öffne jetzt das Anpassungsmenü des Gyroskops. Suche im Anpassungsmenü nach dem Regler mit dem angespannten Bizeps. Das ist die Gyroskopkraft. Je stärker das Gyroskop, desto leichter setzt es sich über Kräfte in der Szene hinweg. Schiebe den Regler hoch auf 100%. So hältst du CuffBot perfekt in der Balance. Um CuffBot aufrecht zu halten, muss das Gyroskop wissen, welche Richtung oben ist. Dazu dient dieser Pfeilmechanismus. Greife den Pfeil und bewege ihn, um die Richtung des Gyroskops zu wechseln. Die aktuelle Einstellung sieht gut aus. Schließe also das Anpassungsmenü und drücke anschließend R3, um sie zu testen. Funktioniert einwandfrei. Bist du bereit, am Motor herumzuschrauben, spule mit L3 zurück und starte den nächsten Schritt.